Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Positive Affirmation Podcasts. Schön, dass du hier bist. Gelassenheit ist etwas, das jeder von uns anstrebt. Es ist das Gefühl, ruhig, zufrieden und friedlich zu sein, und zwar in jeder Situation. Es ist ein Geisteszustand, in dem man sich wohlfühlt und in Frieden mit sich selbst und der Welt um einen herum ist. Gelassenheit bedeutet aber auch, eine positive Einstellung zu haben und optimistisch zu sein. Es geht darum, in jeder Situation das Gute zu sehen, auch wenn die Dinge nicht gut laufen. Dazu gehört auch, dass wir unsere Fehler und Schwächen akzeptieren, ohne dass wir uns schuldig fühlen oder dafür schämen. Oft müssen wir aber lernen, mit Stress und Ängsten umzugehen und Wege zur Entspannung zu finden. Die Herausforderung ist, dass die meisten von uns nicht wissen, wie man in stressigen Situationen gelassen bleibt. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, um innere Ruhe zu finden. Meditation, Yoga und Bewegung sind nur ein paar davon. Aber was wäre, wenn du in stressigen Situationen gelassen bleibst, ohne jedes Mal mit Yoga beginnen zu müssen? Was wäre, wenn du zu jeder Zeit, an jedem Ort und sogar während der Arbeit ruhig und gelassen wärst? Dieser Frage gehe ich im Artikel zu dieser Podcast-Folge auf den Grund. Wie kann es uns gelingen, in jedem Moment entspannt und gelassen zu sein? Du findest den Beitrag in unserem Blog auf highenergymind.com Dort kannst du auch alle Affirmationen dieser Folge nachlesen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn, damit du keine Folge mehr verpasst. Deine innere Einstellung haben einen großen Einfluss darauf, wie du auf bestimmte Situationen reagierst. Lässt du dich von etwas triggern und steigst auf das Drama ein oder bleibst du in deiner Mitte und reagierst souverän? Die Affirmationen dieser Folge werden dir helfen, mehr Gelassenheit in dein Leben einzuladen und ausgeglichen zu bleiben. Lass uns anfangen! Ich bin in Harmonie mit mir und der Welt. Ich bleibe immer entspannt und gelassen. Ich öffne mich für Freude, Energie und Glück. Ich weiß, dass ich jede Herausforderung meistern kann. Ich bin ruhig, zufrieden und gelassen. Voller Vertrauen und Zuversicht nehme ich alles Gute an. Ich lebe im Hier und Jetzt und achte den Moment. Ich spüre meine Ruhe und Gelassenheit. Liebe und Mitgefühl stehen mir in Fülle zur Verfügung. Ich entscheide mich jetzt für liebevolle Gedanken. Ich bin ausgeglichen und fühle mich wohl. Ich bin voller Liebe und behandle jeden wohlwollend. Ich bin immer geduldig und liebevoll zu mir und anderen. Ich bin immer geduldig und liebevoll zu mir und anderen. Ich bin immer geduldig und liebevoll zu mir und liebevoll zu mir und liebevoll zu mir und die Welt. Ich bin gelassen und emotional ausgeglichen. Ich bin in Harmonie mit mir und der Welt. Ich bin in Harmonie mit mir und der Welt. Ich bin immer entspannt und gelassen. Ich öffne mich für Freude, Energie und Glück. Ich öffne mich für Freude, Energie und Glück. Ich bin in jeder Situation ruhig und gelassen. Ich bin in jeder Situation ruhig und gelassen. Harmonie und Frieden durchströmen mein ganzes Sein. Ich bin ruhig, zufrieden und gelassen. Ich bin ruhig, zufrieden und gelassen. Voller Vertrauen und Zuversicht nehme ich alles Gute an. Ich lebe im Hier und Jetzt und achte den Moment. Ich spüre meine Ruhe und Gelassenheit. Liebe und Mitgefühl stehen mir in Fülle zur Verfügung. Ich entscheide mich jetzt für liebevolle Gedanken. Ich bin ausgeglichen und fühle mich wohl. Ich bin voller Liebe und behandle jeden wohlwollend und zuvorkommend. Ich bin immer geduldig und liebevoll zu mir und anderen. Ich öffne mich für Freude, Energie und Liebe. Ich bin gelassen und emotional ausgeglichen. Ich bin einfach groß zu dir. Untertitelung des ZDF, 2020